Hallo und herzlich willkommen zum Action Bound Tutorial. Ich zeige euch, wie einfach es ist, einen Bound zu erstellen. In meinem Bound sollen die Spieler Berlin erkunden, und zwar den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und den Tiergarten. Dazu sollen sie Quizfragen lösen und kreative Aufgaben meistern. Um einen neuen Bound zu erstellen, rufe ich mein Dashboard auf. Wenn man sich einloggt, landet man dort automatisch, ansonsten klickt man einfach auf das Menü hier oben und auf meine Bounds. Dann klicke ich auf Neuer Bound und in dieses Fenster gebe ich nun den Namen für den Bound ein. Ich nenne den Bound Berlin Bound. Außerdem lege ich eine URL für den Bound fest. Diese URL führt dann direkt zu der offiziellen Bound Page. Außerdem ist der letzte Teil der URL das Passwort für den Bound, solltet ihr ihn auf Geheim schalten. Die Einstellung lasse ich jetzt an dieser Stelle erstmal so, dazu gibt es noch ein gesondertes Tutorial. Bis auf die URL können alle Einstellungen später geändert werden. Jetzt klicke ich auf Bound erstellen und lande direkt im Bound Creator. Hier im Herzstück des Bound Creators kann ich die Elemente meinem Bound hinzufügen. Aktuell ist das natürlich noch leer, aber wenn ich Inhalte hinzugefügt habe, sehe ich die hier als Vorschau. Wenn ich auf das Plus klicke, öffnet sich auf der rechten Seite das Menü mit den möglichen Elementen. Auf der linken Seite habe ich ein Menü, in dem ich eine Übersicht über meine bereits erstellten Elemente habe. Auch das ist jetzt natürlich noch leer. Genau!